Lass mich raten, du hättest gerne mehr Anfragen über LinkedIn und wenn das der Fall ist, dann ist diese Folge heute perfekt für dich, denn tatsächlich haben wir in den letzten Monaten einen neuen Funnel entdeckt, der jeden Monat 30 bis 50 Anfragen für uns über LinkedIn generiert hat. Wie dieser Funnel ganz genau funktioniert und wie du ihn auch für dich umsetzen kannst, zeige ich dir heute in dieser neuen Folge. Bevor wir heute starten, ein ganz großes Dankeschön für den ganzen Support in der letzten Zeit, sowohl für die Abos, Kommentare als auch Likes. Wir sind wirklich auf dem besten Weg, 5000 YouTube-Abonnenten zu knacken, was mich immens freut und bevor wir in das Video reinspringen, würde ich mich natürlich extrem über dein Like freuen. Nachdem wir LinkedIn-Content geknackt hatten, wollten wir natürlich weiter mit unserem Unternehmen über LinkedIn wachsen und alles, was ich dir heute erzähle, funktioniert auch nur, wenn du eine vernünftige Reichweite über LinkedIn-Content aufgebaut hast. Das bedeutet, erster Schritt ist wirklich die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu erhalten. Hab wahnsinnig viele Videos dazu rausgebracht, schau dir die gerne in Ruhe an. Jetzt geht es aber darum, wie kriegt man die Leute konvertiert. Und das bedeutet, nur dann kriegst du wirklich stabil Anfragen und Kunden und das über LinkedIn. Und eine Sache habe ich beobachtet und zwar immer, wenn ich einen Fachvortrag gehalten habe. Das bedeutet, HubSpot hat mich zum Beispiel eingeladen, andere Startups haben mich eingeladen oder auch wirklich die Handelskammer Hamburg hat mich eingeladen, digitale Vorträge zu halten zu dem Thema Social Selling oder auch LinkedIn-Marketing. Und im Anschluss, nach diesen circa 30 Minuten, sind immer Leute auf mich zugekommen und mein Robert hört sich super spannend an. Wir müssen LinkedIn angehen. Wo kann ich gefühlt kaufen bei euch beziehungsweise mit der Zusammenarbeit starten? Und ich habe mir am Ende nicht viel dabei gedacht, weil ich natürlich gedacht habe, ich kann natürlich jetzt nicht jede Woche irgendwie zu einem Vortrag selbst einladen. Das war immer so das große Problem da dran. Aber es war schon mal spannend zu beobachten, dass das gut funktioniert. Und das Beste daran war, dass ich diesen Vortrag über die Zeit wirklich absolut perfektioniert hatte. Das bedeutet, ich hatte wirklich einen Vortrag, den ich in 15 Minuten als auch in 60 Minuten halten konnte. Aber das Grundgerüst war immer das Gleiche, weil ich mir das Leben einfach so leicht wie möglich machen wollte. Und daraus entstand folgende Idee, weil ich einfach wusste, dass der gut funktioniert. Was wäre denn, wenn ich diesen Vortrag einfach nochmal neu aufnehme? Einen charmanten Pitch entwickle und das Ganze als Aufzeichnung online schalte? Und das hört sich, wenn du das jetzt so liest, so banal an. Aber zu dem Zeitpunkt war ich es immer gewohnt, eingeladen zu werden. Dann erzähle ich diesen Vortrag und ich wusste sonst nicht, was ich damit machen soll. Und dann bin ich irgendwie darauf gekommen und daraus entstand das erste Mal die Idee von unserem Vortrags-Funnel. Das bedeutet, die Leute registrieren sich für den Vortrag, weil die E-Mail-Adresse einfach immens wertvoll ist. Und die Leute es auch nochmal ein Stück weit ernster nehmen, wenn sie sich für etwas registrieren müssen, wie für ein Live-Event. Dann können sie sich die Aufzeichnung von dem Video-Vortrag auf einer Seite ansehen. Ja, wirklich die 30 Minuten Fachvortrag plus einen charmanten Pitch am Ende. Und wenn das interessant klingt und mein Pitch gelungen ist und LinkedIn für sie relevant ist, dann konnten sie sich direkt einen Termin mit meinem Team buchen. Und das sollte am Ende als Hypothese zu Anfragen und Kunden führen. Und jetzt natürlich die große Frage, hört sich cool an, Robert, aber jetzt müssen das ja noch irgendwie Leute sehen. Wo kommen die Leute her, die sich diesen Vortrag angucken sollen? Weil das ist häufig auch das Problem, wenn man über Webinare redet oder so. Die Leute haben die coolsten Webinare, aber wenn du es nicht schaffst, Leute da reinzuschicken, dann bringt dir das relativ wenig. Und das bedeutet, dann haben wir angefangen, diesen Vortrag, also wirklich diese Aufzeichnung über unseren LinkedIn-Content zu promoten. Und du kannst gerne auch hier einen Screenshot davon machen. Und haben auch unser gesamtes LinkedIn-Profil genau darauf ausgerichtet. Und ein Beispiel ist, dass es wirklich Wochen gab, wo sich 33 Leute dafür registriert haben. Ungefähr die Hälfte guckt sich das Ganze an. Dann hast du so ungefähr 10%, die sich wirklich, wenn dein Vortrag richtig gut ist, an eine Anfrage stellen. Und bestenfalls hast du einen Abschluss darüber. Und das ist auch der Prozess, den wir wirklich in den letzten Monaten perfektioniert haben. Und mein ganzer Stolz auch irgendwie in diesem Vortragsfunnel steckt. Weil er für uns alles verändert hat und auch gerade den Konvertierungspart immens stabil gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass Leute diesen Vortrag gesehen haben, sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wie kann ich mit euch zusammenarbeiten, dass unser Kalender sich und nach und nach gefüllt hat. Und wir immer mehr Leute auch hatten, die sich direkt einen Termin bei uns gebucht haben. Was natürlich das Coolste ist, was man haben kann. Und das war für mich der Beweis und auch ein Stück weit so der Skalierungstest, dass der Vortrag einfach funktioniert. Und wenn er organisch funktioniert, kann man natürlich auch irgendwann darüber nachdenken, wenn man das Budget hat, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir fühlten uns wirklich bereit, das erste Mal wirklich vernünftig in LinkedIn-Ads Geld zu stecken. Die Voraussetzung war aber, dass der Vortragsfunnel funktioniert und wirklich diesen Skalierungstest bestanden hat, dass er organisch zu Anfragen jede Woche führt. Was haben wir gemacht? Wir haben als erstes uns wirklich mal in diesen Werbeanzeigenmanager von LinkedIn gestürzt, haben so recherchiert, was es alles gibt an Zielgruppen. Und es gibt, glaube ich, wirklich nichts, was man nicht targetieren kann. Du kannst gefühlt die 37. Etage von der Commerzbank in Frankfurt targetieren. Also es ist wirklich verrückt, was man dort einstellen kann. Haben dann angefangen, Werbeanzeigen zu entwickeln. Und das war natürlich das Coole, weil wir bereits wussten, was als LinkedIn-Content gut funktioniert, dass wir dann direkt natürlich die Werbeanzeigen daraus aus dieser Grundlage auch einfach entwickeln konnten. Und haben angefangen, Werbeanzeigen in den Vortragsfunnel reinzuschicken. Das bedeutet, wir hatten dann 500 Euro pro Woche ausgegeben, haben da 40 Registrierungen für bekommen, 20 Leute haben sich das angeguckt, drei Anfragen bekommen und eine hat gekauft. Und wenn du überlegst, dass du aus 500 Euro 5000 machst, macht das Ganze natürlich extrem viel Spaß. Da gibt es absolute Höhen und Tiefen und es ist auch ein unglaublich komplexer Prozess, muss man sagen, um das stabil hinzubekommen. Aber wenn sich das erstmal eingegroovt hat, ist es meiner Meinung nach wirklich das beste Vehikel oder der beste Funnel, um mit seinem Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Und was ist bei uns passiert nach wirklich den ersten Test in den Experimenten? Wir haben wirklich auf täglicher Basis qualifizierte Anfragen sowohl aus dem organischen Content als auch aus den Werbeanzeigen bekommen, weil es auch irgendwann ein Stück weit eine Mischkalkulation wird. Die Leute klicken auf ein Ad, landen dann auf deinem LinkedIn-Profil, gucken sich dein Content an und buchen dann irgendwann eine Anfrage. Aber es wurden immer mehr und das war auch das Geheimnis, die 500 Anfragen in den letzten 12 Monaten zu bekommen, dass wir den Funnel perfektioniert haben, den Vortragsfunnel, als auch dann wirklich große Summen LinkedIn-Ads darauf geschaltet haben. Und das war aber auch der Schlüssel, ohne ein großes Vertriebsteam auf über eine Million Jahresumsatz über LinkedIn zu skalieren. Wir hätten natürlich auch ein großes Vertriebsteam aufbauen können, überhaupt nicht meine Spielwiese, sondern ich wollte über Werbeanzeigen und diesen Einfunnel mein Unternehmen erfolgreich skalieren und das hat funktioniert. Das Coole daran ist, dass du wirklich siehst, sowohl den organischen Content hast du, das LinkedIn-Profil hast du sowohl, als auch dann LinkedIn-Ads, dass du alles da reinschickst und dann dafür sorgst, dass das wirklich zu Anfragen stabil führt. Das große Problem daran immer war tatsächlich der Tech-Stack, also die Tools, die wir dafür gebraucht haben. Sowohl brauchte man Clickfunnels, häufig in der größeren Version, du brauchst das E-Mail-Marketing, sowas wie Active Campaign und deshalb bin ich auch extrem cool, dir das heute präsentieren zu dürfen. Du brauchst es bestenfalls sowas wie HubSpot oder Pipedrive, Calendly, um das Ganze irgendwie zu integrieren, als auch Kajabi für das CRM-System und jeder, der sowas mal versucht hat zu bauen, weiß, welche Kosten da auf einen zukommen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute ein cooles Tool, eine coole neue Software mitgebracht habe, die mich hat extrem aufatmen lassen, weil es plötzlich eine Möglichkeit gibt, den gesamten Vortrags-Funnel in einer Software sozusagen abzubilden und das zu einem unschlagbaren Preis. Diese Software, die ich dir gleich vorstellen werde, kostet in der kleinsten Version 97 Dollar und das komplett unabhängig von der Anzahl deiner Kontakte. Und ich habe das ein paar Freunden erzählt und die meinen, hey Robert, das hört sich irgendwie zu gut an, um wahr zu sein. Aber wir haben tatsächlich unsere gesamte Firma dahin umgezogen. Und das Coolste daran ist, für jeden, der darüber nachdenkt, wirklich seinen eigenen Vortrags-Funnel zu launchen, haben wir das Template bereits in diese Software vorgeladen, sozusagen für dich. Das Template ist da drin. Wenn du diese Software über unseren Link dich dort anmeldest. Offen gesprochen ist ein Affiliate-Link, ist klar. Wir haben aber wirklich das gesamte Setup in der Software für dich gemacht. Das war schweineviel Arbeit. Wenn du Bock hast, wirklich da mal reinzuschnuppern, sowohl diese Software sozusagen auszuprobieren, als auch mit unserem Vortrags-Funnel schon mal ein bisschen rumzuspielen, dann einfach Vortrags-Funnel kommentieren und vor allem das Video liken. Das würde mich immens freuen. Und ich zeige dir einfach mal einen kleinen Ausblick, was diese Software kann, weil das ist wirklich extrem cool. Sie haben sich die Kalender-Funktion wie Calendly geschnappt. Also das bedeutet, auch unsere Kalender laufen alle über diese Software heute. Funnels bauen ist super einfach geworden. Wie Click-Funnels haben sie das gemacht. Also das bedeutet, du findest den kompletten Vortrags-Funnel dort drin. E-Mail-Marketing wie Active Campaign. Das bedeutet, auch das ist direkt in der Software drin, mit allem, was sozusagen dazugehört. Ein Online-Kurs-Bereich wie Kajabi. Auch wenn du einen Online-Kurs launchen willst, kannst du das auch über das Tool tun. Und eine Sales-Pipeline wie Pipedrive. Und das Beste aus meiner Sicht ist, dass du ein richtig cooles Dashboard hast, wie bei HubSpot, wo am Ende alles drin ist, was du sehen willst in deinem Sales-Prozess. Und das ist wirklich der Grund, warum ich so überzeugt bin und das auch unbedingt hier dir präsentieren wollte. Weil es aus meiner Sicht das ganze Marketing-Spiel deutlich einfacher macht und man nicht mehr irgendwie fünf Insellösungen braucht, sondern nur noch ein Tool braucht. Das Coolste daran ist, dass du die Software komplett kostenfrei 14 Tage testen kannst. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir das hilft, weil viele unserer Kundinnen und Kunden auch immer nach einem guten CRM-System gesucht haben oder nach einem guten Marketing-System gesucht haben. Wir lassen mittlerweile fast alles darüber laufen und ich bin großer Fan davon. Und insofern, wenn du das Ding mal testen willst, dann unbedingt über unseren Link, den schicke ich dir zu und dazu einfach kurz Vortragsfunnel in die Kommentare und das Video liken. Ganz wichtig, damit der Vortragsfunnel funktioniert, brauchst du unbedingt Reichweite auf LinkedIn mit deinem LinkedIn-Content. Und wenn du die absolute Abkürzung nehmen willst, sowohl den Funnel erfolgreich zu launchen, als auch LinkedIn auch wirklich Reichweite aufzubauen oder vielleicht hast du diese Reichweite auch schon und willst diesen Funnel so schnell wie möglich online bekommen und das auch wirklich konvertiert, dann geh gerne mal auf leadersmedia.de und buch dir ein Gespräch mit meinem Team. Dort im Telefonat können wir ganz genau schauen, was schon funktioniert, was dir noch fehlt, um wirklich über LinkedIn-Anfragen und Kunden zu gewinnen. Und vielleicht darf ich dich dann in der nächsten Zeit in unserem Mentoring begrüßen, würde mich wahnsinnig freuen. Und jetzt würde ich sagen, schau dir das Video an, was hier empfohlen wird, weil das kann der fehlende Baustein sein, der dir noch fehlt bei LinkedIn. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.